Schön, dass du wieder hier bist. In diesem Video lernst du, wieso du durch Meditation nicht wirklich lernst, weniger zu denken, wieso du aber sehr wohl weniger denkst, wenn du lernst zu meditieren. Und eventuell mag das jetzt für dich wie ein Widerspruch klingen, zu Recht, denn ich habe es auch natürlich nicht ganz unbewusst so formuliert. Nichtsdestotrotz haben beide Aspekte ihre Daseinsberechtigung und ich kam auf die Idee für dieses Video, weil ich vor wenigen Tagen ein längeres Telefonat hatte mit einer Freundin von mir und diese meinte, Mensch, ich beschäftige mich jetzt mit Meditation und du machst das ja auch schon länger, ich möchte lernen auch nicht mehr zu denken. Und ich sagte ihr, dass es nicht wirklich das Ziel oder der Sinn der Meditation sei, nicht mehr zu denken. Wenn wir nicht mehr denken, dann sind wir wahrscheinlich tot. Es ist nicht das Sinn der Meditation, weniger zu leben, sondern das Gegenteil ist der Fall. Das Ziel der Meditation ist es, mehr und aktiver am Leben teilzunehmen. Und das funktioniert. Das funktioniert sehr gut. Und die Folge der Meditation ist auch tatsächlich, dass wir in letzter Instanz weniger denken, aber nicht so, wie die meisten Menschen, die nicht meditieren, sich das vorstellen. Was passiert ist folgendes. Du beginnst mit der Meditation, du beginnst dich mit Meditation zu beschaffen, beschäftigen, zu meditieren, die ersten Gehversuche zu machen und du wirst merken, dass du natürlich so ein Grundrauschen an Gedanken hast in deinem Kopf. So und jetzt liest du, ja durch Meditation lernst du, wie du nicht mehr denkst oder wie du weniger denkst. Und du liest vielleicht, dass du in die Stille gehen sollst. Du liest vielleicht, dass du deinen Kopf ausschalten sollst oder ähnliche Sachen. Und setzt dich jetzt hin, schließt vielleicht die Augen, sitzt da und wirst auf einmal feststellen, du denkst. So, da führt kein Weg dran vorbei. Das ist so das typischste Problem oder die typischste Herausforderung von den meisten Menschen, die anfangen zu meditieren. Und gerade wenn man das dann öfter übt, kann es dazu führen, dass einen das auch verärgert. Man nimmt sich jetzt schon die Zeit, man möchte das üben, man möchte was für seinen Geist tun, man hat jetzt die nötige Motivation gefunden, sich auch wirklich regelmäßig die Zeit einzuplanen und das zu üben und was passiert, nichts. So, das ist verständlicherweise frustrierend für viele, denn die gewünschte Stille, die in so vielen Büchern beschrieben ist, das Gedanken ausschalten und so weiter, tritt einfach nicht ein. Ich kenne das von mir selbst so gut. Ich habe mich hingesetzt und dachte mir, Mensch, ich will jetzt nicht mehr denken. Und je mehr ich mir vorgenommen habe, nichts zu denken, umso mehr habe ich gedacht. Umso aktiver war mein Verstand, umso mehr war hier oben drin los. Dann habe ich zwischendurch die Augen aufgemacht, weil ich dachte, vielleicht klappt das so besser. Dann habe ich meinen Blick schweifen lassen und ich sah eine Blume und auf einmal dachte ich nach über Blumen und ich dachte, Blätter und Mensch, hast du die überhaupt gegossen in den letzten Tagen und so gut sieht die auch nicht mehr aus. Dann ist mir aufgefallen, hey, du hast gerade gedacht. Dann dachte ich mir, Mensch, du wolltest ja nicht denken. Und das führte zu so einer Art Abwärtsspirale, in der ich dann manchmal wütend wurde, ärgerlich, vielleicht enttäuscht oder einfach nur extrem viel gedacht habe. Und das ist ein Stück weit normal. Das habe ich so oder so ähnlich auch von sehr vielen Menschen gehört. Die Herausforderung ist, wenn man Menschen erzählt, dass man durch Meditation Stille im Kopf hat oder weniger denkt, dass Menschen mit einem falschen Ideal, mit einer falschen Erwartungshaltung, kann man sagen, an die Meditation gehen. Ich möchte das Beispiel nennen mit dem Einschlafen. Stell dir vor, du warst dein Leben lang wach, du hast noch nie geschlafen. Und jetzt kommt irgendwer an und erzählt dir von dem Konzept des Schlafens. Und du denkst dir, Mensch, hört sich gut an, man macht die Augen zu und träumt dann vielleicht, kann sich alle möglichen Dinge vorstellen eventuell und wacht am nächsten Tag auf, ist total fit. Konzept des Schlafens, finde ich gut. So, und dieser jemand, der dir das sagt, sagt, Mensch, du schläfst und du bist gar nicht wirklich da und du machst die Augen zu und auf einmal bist du weg und so weiter. Und du hörst dir das alles an, du verstehst das auch intellektuell, was dieser jemand sagt. Und jetzt nimmst du diese kognitiven Informationen, verarbeitest die, nimmst die an und möchtest jetzt das erste Mal in deinem Leben versuchen zu schlafen. Und du legst dich vielleicht hin und denkst dann, okay, ich muss jetzt einfach die Augen zumachen und dann bin ich weg. Und dann kann ich alles Mögliche denken, dann bin ich vielleicht im Land der Träume, hat der Mann gesagt. Und am nächsten Tag soll ich mich gut fühlen. Okay, dann wird es jetzt wahrscheinlich gleich irgendwann eintreffen. Aber wann wird es eintreffen? Schlafe ich gleich ein? Ist das eine Phase, ist das ein fließender Übergang? Ist das wie ein Lichtschalter? Bin ich die ganze Zeit wach und jetzt schlafe ich? Was wird gleich passieren? Ich bin aufgeregt. Ich kann es gar nicht erwarten. Wird es jetzt passieren? Wird es morgen passieren? Und du wirst so sehr in deinem Kopf sein, dass du dich nicht genug fallen lassen kannst, um am Ende einzuschlafen. Das Beispiel ist natürlich ein bisschen, hinkt natürlich, denn die meisten Menschen werden in ihrem Leben schon mal geschlafen haben. Aber ich denke, du wirst wissen, worauf ich damit hinaus möchte. Denn du wirst das kennen. Umso mehr du krampfhaft versuchst einzuschlafen, umso weniger wird es dir gelingen. Und umgekehrt ist es so, wenn du irgendwann sagst, komm, jetzt mache ich durch, jetzt bleibe ich wach, dann ist das oftmals der Moment, wo man einschläft. Denn man lässt los. Und ähnlich funktioniert es bei der Meditation. Umso mehr du festhältst an der Erwartungshaltung, nicht denken zu wollen, Stille in deinem Kopf haben zu wollen, umso weniger wird es funktionieren. Denn es werden immer Gedanken auftauchen. Und mit dieser Erwartungshaltung dahinter wirst du dazu tendieren, dich immer dafür zu verurteilen, dass diese Gedanken kommen. Du wirst immer denken, Mensch, das sollte doch nicht passieren. Ich werde einfach nicht besser. Was soll das? Und so weiter und so fort. Der Trick dahinter funktioniert ähnlich wie beim Einschlafen. Du solltest lernen, solltest ist ein blödes Wort, aber im Sinne der Meditation wäre es, wenn du die Gedanken, die auftauchen, einfach Gedanken da sein lässt. Das eines der Ziele der Meditation ist zu erkennen, dass du Gedanken hast, dass es auch vollkommen legitim ist, dass du Gedanken hast, dass du aber nicht der Gedanke bist. Wenn du still bist und die Gedanken in deinem Kopf beobachten kannst, wenn du einfach nur da sitzt und beobachten kannst, was du denkst, wer bist dann du? Das ist die Frage, die dahinter steht. Und diese Frage sollst du auch nicht während der Meditation kognitiv versuchen zu ergründen, zu reflektieren und darüber nachzudenken, sondern stell einfach fest, dass du der Beobachter bist deiner Gedanken. Es geht nicht darum, wie ein Schutzschild die Gedanken abzuwehren. Es geht auch nicht darum, noch viel weniger die Gedanken, die auftauchen, zu verdrängen. Das wäre eher das gegenteilige Ziel der Meditation, Verdrängung. Das wäre eher ein Abwehrmechanismus nach Freud oder ähnliches und wäre deiner Psyche mit Sicherheit nicht zuträglich, sondern primär geht es darum zu erkennen, dass alles, was kommt, da sein darf. Gedanken, die kommen, Gefühle, die kommen. Verurteil dich nicht dafür. Versuch nicht, dass es weggeht. Versuch nicht, dass es da bleibt. Versuch nicht, die Gedanken, die kommen, krampfhaft zu Ende zu denken. Versuch auch nicht, die Gedanken, die kommen, krampfhaft beiseite zu schieben, sondern sitz einfach da und sieh dir an, was kommt, ohne das, was kommt, zu bewerten. Und jetzt kommt der Switch. Jetzt kommt der Loop zu dem Anfang des Videos. Das, was ich hier jetzt beschreibe, das ist ein Prozess. Das wird nicht beim ersten Mal klappen, nicht beim zweiten Mal klappen. Das ist ein Prozess. Aber umso öfter du das tust, umso mehr wirst du feststellen, dass es dir immer besser gelingt, die Gedanken und Gefühle, Gedanken und Gefühle sein zu lassen, ohne sie zu bewerten, zu verurteilen, dich dafür zu schämen, sie verdrängen zu wollen, zu denken, die dürfen nicht da sein, zu denken, ich sollte doch still sein und jetzt kommen trotzdem Gedanken. Und umso besser dir das gelingt, umso mehr, und da schließt sich der Kreis, Ruhe wirst du in deinem Kopf bekommen. Denn ein großer Teil der Gedanken und ein großer Teil der Unruhe und auch des Unwohlseins in deinem Kopf ist nicht die Folge der Gedanken, die sowieso die ganze Zeit auftauchen, sondern ein großer Teil der Unruhe, des Unwohlseins etc. in deinem Kopf ist die Folge davon, dass du die Gedanken, die sowieso die ganze Zeit auftauchen, zu verdrängen versuchst, dass du denkst, die dürfen nicht da sein, dass du die nicht da haben möchtest, dass ein Gedanke, der auftaucht und dich vielleicht nicht gut fühlen lässt, du an dem festhältst und denkst, okay, ich muss da jetzt krampfhaft eine Lösung für finden, irgendwie muss ich darauf kommen und so weiter. Das ist ein Großteil der Aktivität in deinem Kopf, die zum Unwohlsein führt, nicht die Gedanken selbst. Und ich habe es schon in einigen Videos gesagt, ich möchte es auch hier nochmal sagen, ein schönes Bild dafür, welches ich immer wieder nenne, ist, Filmfans werden mich dafür hassen, aber ich kann Star Wars, ich glaube es war Star Wars, zu Beginn ist dieses, in dem Intro, dieser schwarze Hintergrund, wo die Sterne so entgegen geflogen kommen. Ich habe tiefen Unschärfe an, du wirst wissen, was ich meine. Das heißt, du siehst einfach zum Star Wars Intro, diesen schwarzen Hintergrund und die Sterne, die dir so entgegen geflogen kommen. Das in etwa kannst du dir vorstellen, diese Sterne, die dir entgegen geflogen kommen, das sind deine Gedanken. Du selbst bist einfach der schwarze Hintergrund. Und dieser schwarze Hintergrund versucht nicht, die Sterne zu fangen, der versucht auch nicht, die Sterne festzuhalten, der versucht auch nichts mit den Sternen zu machen, der will auch nicht, dass die Sterne weggehen und versucht, die zu verdrängen. Der schwarze Hintergrund ist einfach nur da und ist still. Und so kannst du dir das vorstellen. Du musst erkennen, dass du nicht der Stern bist, der kommt und geht, sondern der schwarze Hintergrund. Und wenn du dort sitzt, meditierst und die Augen zu hast, dann werden Gedanken kommen, wie die Sterne, weil Star Wars im Intro, und das ist okay. Da kommt ein Stern und er kommt. Da kommt ein Gedanke in deinen Kopf und geht wieder. Er kommt und geht, kommt und geht. Du bist der Beobachter. Du beobachtest das einfach nur, wie die Gedanken kommen und gehen. Die Folge davon, wenn du das etablierst in deinem Leben, wird sein, dass du automatisch dann wiederum als Folge eben weniger denkst und ruhiger bist. Genau das, was man in den ganzen Meditationsbüchern, in den ganzen YouTube-Videos darüber hört und liest, du wirst ruhiger und du wirst weniger denken. Das funktioniert jedoch nur auf dem eben beschriebenen Wege, indem du erst alles annimmst, was da ist und erkennst, dass du nicht die Gedanken oder Gefühle bist und als Folge dieser Erkenntnis alles da sein lässt, anstatt festzuhalten oder dagegen anzukämpfen. Das funktioniert aber nicht, indem du mit der Erwartungshaltung rangehst aus dem Anfangszustand, wo du diese Erkenntnis noch nicht gewonnen hast und denkst, ich will jetzt Ruhe in meinem Kopf und dich dafür verurteilst, wenn diese Ruhe nicht da ist. Denn, das ist vielleicht auch noch interessant für dich, die Instanz in dir, die dich dafür verurteilt, wenn das mit der Stille im Kopf nicht klappt, ist ja genau der Grund, warum du meditierst. Das ist genau der Punkt, warum du damit eigentlich anfangen möchtest. Dieser innere Kritiker dafür, wenn etwas nicht funktioniert, die verurteilende Instanz dafür und so weiter, das ist alles, wodurch du lernst, damit besser umzugehen als Folge und als Folge dessen denn auch ein glücklicheres, erfüllteres Leben hast, in mehr Stille und mit weniger Wirrwarr und Aktivität in deinem Kopf. Wenn du denkst, Mensch, das habe ich so noch nicht gehört oder du das interessant findest oder du Fragen hast, dann schreib das bitte in die Kommentare. Das ist mir immer besonders wichtig. Ich schaffe es zeitlich nicht immer direkt auf alles zu antworten, aber ich schaffe es alles zu lesen und manchmal brauche ich ein paar Tage, aber ich reagiere auf alles. Und wenn du Fragen hast, schreib sie da rein. Ich schaue mir das an. Ich nehme auch eure Ideen auf für zukünftige Videos und freue mich jedes Mal, wenn ich was von euch höre, lese oder auch auf Kommentare, über Kommentare bei Instagram und Co., über Nachrichten. Ich freue mich darüber. Schreibt mir gerne. Macht euch einen schönen Tag. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Klickt auf die Glocke. Das ist wichtig. Das muss man immer dazu sagen heute. Und bis dahin. Adios.